Alter geht auf ChrisThorsts Kanal, der hat der GTA gehackt, Alter. Alter, das Auto ist verschwunden. Das Auto ist verschwunden. Das versinkt einfach im Boden, Alter. Voll krass. Alter, schaut euch das an, Philipp B. Voll der Hänger. Mach das nochmal. Alter, es verschwindet einfach im Boden. Es verschwindet einfach. Alter. Krass, krass. Krass, krass, scheiße. Alter. Krass, krass, piep. Alter, schaut euch das an, Alter. Schaut euch das nochmal, bitte. Schaut euch das an. Ich muss Autos finden. Schaut euch das an. Wie es einfach in dem Boden versinkt. Boah. Nochmal. Mach's nochmal. Mach's nochmal. Hier, Palm. Nee, nicht. Palm. Ah, keine Munition mehr. Keine Munition. Oh, Palm. Dings versunken, musst du nachladen. Palm, im Boden. Und hier jetzt gleich, seht ihr? Palm, das Auto versinkt einfach im Boden. GTA 5, wow. Echt. Kann mir... Ey, Leute, schreibt in die Kommentare. Könnt ihr euch das erklären? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, Leute? Erklärt's mir. Echt, ohne Scheiß. Die sind alle Autos verschwunden. Eine Minutenregel. Und hier.